Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. Heute geht es um Strings. Strings sind, wie ihr hier sehen könnt, eigentlich allgegenwärtig. Und ja, Strings sind tatsächlich allgegenwärtig. Ihr habt sie sogar schon benutzt. Zum Beispiel, indem ihr hier Hello World ausgegeben habt, habt ihr indirekt einen String benutzt. Denn ein String ist im Endeffekt eine Aneinanderreihung von Buchstaben, sprich ein Wort oder mehrere Wörter oder ein Satz oder ein ganzes Buch. All das ist ein String. Strings sind also eigentlich ziemlich krasse Datentypen. Sie sind nämlich nicht irgendwie festgelegt von wegen, ja, maximal Zahlen von, keine Ahnung, was hatten wir hier, ein paar Millionen oder sowas. Nein, Strings sind so lang, wie ihr sie haben wollt. Das heißt, ihr seid nicht limitiert nach oben, was die Buchstaben angeht. Ihr habt einfach die volle Kontrolle darüber. Ihr könntet jetzt hier auch eine Milliarde mal Hello World reinschreiben, dann würde zwar euer Programm sehr, sehr groß werden, aber es würde trotzdem funktionieren. Und es wird eine Weile dauern, bis es läuft, weil ihr vermutlich nicht genug Arbeitsspeicher habt. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, Strings sind also sehr, sehr cool. Und ihr habt, wie gesagt, hier schon einen benutzt. Doch wie kann ich jetzt auch Strings in meinem Programm definieren und als Variable festlegen? Nun, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ja, ich kann das wie bei anderen Variablen eben auch machen. Ich kann hier schreiben var und dann kann ich dem Ding einen Namen geben, zum Beispiel Hello World String. Liest sich furchtbar, ist aber egal. Und ja, dem geben wir jetzt den Datentyp String einfach mit. Ist gleich. Und jetzt darf ich hier wirklich die Anführungsstriche über der 2 benutzen. Das heißt, einfach groß schreiben und dann 2 drücken. Ähm, jetzt kann ich hier zum Beispiel Hello World reinschreiben. Hello World. Ne. 1, 1, 11. Ausrufezeichen. So, okay. Ähm, und ja, jetzt kann ich den auch einfach ausgeben, wenn ich das möchte. Print Line und dann den Hello World String reinschreiben. Und das ist es eigentlich auch schon. Also so einfach kann ich Strings definieren und so einfach kann ich sie auch verwenden. So, wir führen das Ganze jetzt mal aus. Und ihr seht hier Hello World 1, 1, bla, bla, bla. Ähm, das ist dieser String hier. Das ist das, was wir jetzt gerade in diesem Video gemacht haben. Nun, ähm, das ist natürlich selbstverständlich noch nicht alles, was man mit Strings machen kann. Aber das sind sehr, sehr fortgeschrittene Techniken, was man damit alles machen kann. Also wirklich krasse Dinge, die man damit machen kann. Da werde ich später nochmal drauf zurückkommen. Was ich euch jetzt definitiv noch zeigen möchte, ist, ihr könnt natürlich auch hier diesen String verändern. Ähm, könnt's nicht wahr. Ja, Hello World String ist gleich, ups, ist gleich, ähm, doch nicht Hello World. Ausführen und ja, dann habt ihr im Endeffekt diesen String hier überschrieben mit was anderem. Und dieses etwas andere hier, das ist das da, das wird hier ausgegeben. Also das heißt, es funktioniert eigentlich relativ gut, ähm, wie bei jeder anderen Variable eben auch. Nur, dass ihr hier halt nicht auf einen Buchstaben wie beim Char limitiert seid, sondern so viele Buchstaben reinpacken könnt, wie ihr wollt. Nun, was ich auch machen kann, ist, ich kann tatsächlich auch nur einen einzigen Buchstaben reinpacken. Das geht. Das ist allerdings, äh, technisch gesehen intern ein kleiner Unterschied. Ähm, also ich hab hier tatsächlich auch nur einen Buchstaben drin. Aber diese eine Buchstabe ist trotzdem ein String und kein Charakter. Und das ist ein Unterschied, weil Strings mehrere Charakter hintereinander sind. In diesem Fall ist es halt einfach nur ein Charakter, ohne dass ein weiterer auf ihn folgt. Aber es ist technisch gesehen ein Unterschied. Und man hat auf diesem String hier andere Möglichkeiten als auf diesem Buchstaben. Ähm, da werden wir nächstes Video vor allem noch reingucken. Denn Strings, wie gesagt, sind eigentlich nur Aneinanderreihungen von verschiedenen Dingen. Und diese Dinge heißen Arrays. Und Arrays, das ist im Endeffekt eine sehr, sehr mächtige Variante von Strings, die einfach noch ein bisschen allgemeiner ist. Nicht nur Buchstaben, sondern auch alles lässt sich hintereinander hängen. Und das wollen wir uns dann beim nächsten Mal angucken. Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.